Moin bei kugelbahn.de. Ich möchte euch was Neues vorstellen und zwar den Twinrail-Stein, der zwei Kugeln, die von links und rechts in diesen Stein reinlaufen, auf einer Spur verbindet, die aber trotzdem separat laufen. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Hier ist der Twinrail-Stein und man sieht natürlich sofort, hier sind auf einer Seite des Hexagons zwei Schieneinsätze drin, wo ich natürlich auch zwei Schienen reinsetzen kann und die Kugeln, die dann parallel auf diesen Schienen da weiterlaufen, die laufen von links und rechts in diesen Stein rein und würden dann auf zwei Schienen parallel die gerade weiterlaufen und natürlich dann irgendwann wieder da raus müssen. Das Problem an der Sache ist natürlich, dass es hier ein Ausbruch aus diesem Gravitrack-System ist. Man kann also nicht aus dieser Doppelspur wieder ganz einfach auf einen normalen Kurvenstein zurückgehen. Dafür braucht man dann hier von mindestens zwei Stück, um die Kugeln wieder in das normale Bahnsystem zu lenken. Werden natürlich auch so im Doppelpack nur angeboten, weil die Einzelnen einfach keinen Sinn machen. Wenn man nur diesen Ausgangs- und Eingangsstein hat, dann kann man natürlich nur gerade Streckenverläufe bauen, weil die normalen Bausteine natürlich nicht mit dieser Spurweite, nenne ich es mal, kompatibel sind. Deswegen gibt es hier natürlich auch noch einen passenden Kurvenstein dazu, den man natürlich auch nach links und rechts beliebig einsetzen kann. Und für längere Strecken, wenn es mal nicht um die Kurve gehen soll, gibt es da auch noch eine Gerade, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Das zeige ich euch jetzt gleich an zwei Beispielbahnen und dazu werde ich natürlich noch ein bisschen was erläutern. Praktisch sind die Twinrails natürlich, wenn mehrere Kugeln den gleichen Weg nehmen müssen, ohne sich dabei gleichzeitig ins Gehege zu kommen. Zum Beispiel, wenn sie von einem Vulkan ausgelöst werden und möglichst zeitgleich dieselbe Strecke entlanglaufen sollen, dann ist das ja nicht immer so ganz einfach, ohne dass sie sich bei dem Zusammenführen in die Quere geraten. Oder auch natürlich für Murmelrennen sehr gut geeignet, um zwei Kugeln gleichzeitig auf derselben Strecke beziehungsweise auch durch dieselbe Kurve fahren zu lassen, ohne dabei zu viel Strecke nehmen zu müssen, weil eine Kugel ist da meistens sehr leicht benachteiligt und dadurch ergeben sich bei den Rennen nicht unbedingt faire Verhältnisse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ebenfalls nützlich, wenn eine Strecke zum Beispiel rückwärts befahren werden soll, wie jetzt hier folgend bei der Kaskade, da geht es halt die gleiche Strecke nochmal in die andere Richtung und das hilft natürlich dabei, dieses Problem zu lösen, weil ich sonst da normalerweise parallel eine andere Schiene hätte herbauen müssen und dafür halt auch Platz auf der Bahn verbraucht hätte. Ja. 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 Ja, richtig, diese Strecke hätte auch theoretisch nur mit Weichen gelöst werden können. Die Twin Rail ist hier nicht unbedingt erforderlich. Sie wäre allerdings hilfreich gewesen, wenn ich beide Mixer nicht abwechselnd hätte anfahren wollen, sondern nacheinander, das heißt erst den linken und dann den rechten Mixer, dann hätte ich mit den Weichen hier deutlich mehr Aufwand gehabt, diese Strecke zu bauen. Die Twinrails werden natürlich verfügbar sein unter www.kugelbahn-shop.de. Schaut demnächst einfach mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert am besten auch das Bimmelbammelglöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020